So Leute, hi, schön, dass ihr da seid. Wir gucken mal, wir haben Post bekommen. Schauen wir da mal rein. Was ist es denn? Erfolg Grünster Park. Glückwunsch an alle Talbewohner zum Erreichen des Erfolges Grünster Park. Anbei findet ihr eure Belohnungen. Stellt sicher, dass ihr noch Platz im Inventar habt, bevor ihr sie einfordert. Als Teil unseres Sternenpfads des Disney Parks fordern wir alle Talbewohner heraus, ihre eigenen Dreamlight Parks zu bauen, indem ihr eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen verwendet. Sobald die Meilensteine der Herausforderungen erreicht sind, werden aufregende Belohnungen an die Posteingänge aller Spieler verschickt. Auf unserer offiziellen Website erfahrt ihr, wie ihr teilnehmen könnt. Darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar hier auf Johnny & Friends Gaming. Da habe ich hier, das ist noch gar nicht so lang her, erste Community Challenge vor zwei Tagen habe ich hier mal ein Video gemacht. Da schreibe ich rein, was um was es geht und wie man daran teilnehmen kann. Also hier könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und wir haben ja schon einiges hier erreicht. Ja, was haben wir denn bekommen? 10, 20, 30, 40, 50 Blumen. Okay. Nur ja, kann man gebrauchen. Werden wir entsprechend einsackeln und dann aufbewahren für den Fall der Fälle. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich denn hier noch Platz in meiner Tasche? Ja, habe ich. Dann wollen wir mal die Pflanzen hier mitnehmen. Hi Merlin, wie geht's dir? Geht's dir gut, Merlin? Ich möchte mal einen Briefkasten. So holen wir uns mal die Belohnung. Wow. Guten Morgen, Kadett. Guten Morgen, Kadett. So, schauen wir mal rein. Haben wir es gekriegt? Ja. 10, 20, 30, 40, 50. Alles klar. Okay, damit haben wir einen zweiten Teil der Community Challenge erreicht. Super. Na ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Mal wieder ein paar Blümchen mehr. Bis dann, euer Nils. Ciao.